In unserer Toolbar finden Sie hier den Zugang zu unseren Content Droplets und wir haben hier gleich zu Anfang das Entscheidungs Droplet. Das können Sie hier ganz einfach einfügen. Sie sehen auch, dass hier schon ein Element dem Seitenkontext hinzugefügt wird. Und hier können Sie ganz einfach, sehr minimalistisch gehalten, Ihre Entscheidung notieren. Wir klicken einfach auf Einfügen und schon ist das Element der Seite hinzugefügt. Wir können das speichern. Diese Entscheidung generiert ein semantisches Attribut. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Das heißt, wenn Sie hier auf die Properties Seite gehen, sehen Sie auch gleich, dass hier das Decision Attribut der Seite hinzugefügt wird. Und auch das, was Sie eingegeben haben, hier gelistet wird, weshalb Sie eben in der Lage wären, das Ganze semantisch abzufragen. Wenn wir wieder den Content Droplets Dialog öffnen, wir haben hier beispielsweise auch einen Shortcut. Das ist zweimal die Spitzklammer und eröffnet sich. Dann können Sie hier die Entscheidungsübersicht nehmen. Ich werde es jetzt mal ungefiltert lassen, einfach bloß, dass Sie sehen, dass hier sämtliche Entscheidungen, die sich in diesem Wiki befinden, hier ausgegeben werden und dann genau hier zur Seite quasi hinzugeordnet sind. Die Seite ist auch verlinkt. Das heißt, Sie können einfach hier drauf springen und sehen dann die Entscheidung. Aber die Entscheidung ist genauso hier gelistet. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen zu konfigurieren. Das heißt, wir fügen hier nochmal einfach die Decision Overview ein. Ich habe in diesem Fall im Wiki eine Kategorie angelegt, die nennt sich Product. Und ich habe hier die Möglichkeit, einfach diese Kategorie anzugeben, das Ganze quasi einzufügen. Und wie Sie gesehen haben, die Liste passt sich dynamisch an. Das heißt, alle Entscheidungen, die hier gelistet sind, sind einer Seite zugeordnet, die die Kategorie Produkt aufweist. Ähnlich ist es hier mit den Namespaces. Wenn ich hier auf Namespaces klicke, bekomme ich erstmal ein Dropdown, was alle Namespaces in diesem Wiki anzeigt. Und habe hier quasi auch die Möglichkeit, den Namensraum hier einfach auszuwählen. Klicke auf Bestätigen und bekomme hier auch wiederum alle Entscheidungen, die auf Basis des Namensraums hier gefiltert sind. Jetzt mache ich mal kurz eine Zwischenspeicherung. Und dann kommen wir hier noch zum Präfix. Ich habe hier auch zwei Use Cases vorbereitet. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte einmal den Namensraumprotokoll und ich möchte von diesem Namensraum jede Seite, die die Kategorie important aufweist, natürlich mit einer Entscheidung angezeigt bekommen. Sie geben den Namensraum folgendermaßen an. Sie trennen das Ganze hier mit einer Pipe und fügen hier einfach noch die Kategorie hinzug. Bei mir ist jetzt leider alles Englisch, weil ich ein englisches Wiki habe. Wenn Sie natürlich eine deutsche Instanz haben, dann können Sie auch ganz einfach Kategorie schreiben. Können hier auf Insert klicken und hier haben Sie jetzt alle Entscheidungen, die im Namensraumprotokoll liegen und zusätzlich die Kategorie important aufweisen. Ich möchte Ihnen auch nur ein kleines Beispiel zeigen mit Verwendung von zwei Kategorien. Wenn ich jetzt hier die Kategorie ist important und die Kategorie ist zusätzlich blue spice. Dann erhalten Sie hier genau eine Seite, das ist richtig, die zwei Entscheidungen enthält, die diesem Filter entspricht. Kurz nochmal vielleicht zur besseren Erläuterung unter den Kategorien selbst, weil ich ja meinte mit den Operatoren, dass es hier einen kleinen Unterschied gibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal das Gleiche machen würde und sage einmal die Kategorie ist important und sage einmal die Kategorie ist blue spice, dann müsste ich hier wesentlich mehr Ergebnisse erhalten, als ich es unten habe, da hier ja nach der Kategorie important geguckt wird, sowie auch nach der Kategorie blue spice. Also das ist quasi der Unterschied mit diesen Operatoren, hier habe ich nur ein Ergebnis, hier habe ich mehrere, dass hier einfach kein Unterschied gemacht wird.